Ah, gut. Los, 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 los. Mann, wie ich es einfach nicht peile jedes Mal, dass ich noch die Blöcke da... Ja, toll, ich kann das jetzt schon direkt in die Tonne knüppeln, Mann. Oh, ich kann das jetzt auch nicht peilen. Drecks, Huren, Wichse. Oh, ich will jetzt in das Level rein. Oh, ich will jetzt in die Tonne knüppeln. Oh, ich muss, ich muss da drüber fliegen. Oh, das geht. Oh, ich habe auch nur noch 16 Leben. Hallo? Ich hoffe mal, wenn man den Boss nochmal macht, dass man dann nochmal so Leben kriegt. Das wäre echt gut. Wie man auch perfekt einfach fliegen muss. Okay, das war diesmal ganz gut. Das war jetzt nicht so gut. Los, Wario! Das ist mir egal. Hauptsache, ich behalte den Schlüssel. Oh. Oh. Gut. Hätten wir das auch. Nein! Oh. Ich wollte gerade schon sagen, scheiße, wir sind ja gar nicht groß. Wir kriegen die Kiste gar nicht auf. Aber... Aber... Was ist das denn? Eine Wahrsagerkugel oder was? Eieiei. F, 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 F... G! Wut! Nein! Nein! Das heißt, mir fehlt in dem... Ach ja, komm, leck mich, du Horst. Wo fehlt mir denn da jetzt was? Hm. Ich mach jetzt hier erstmal weiter. Ich will jetzt auch heute mal hier bisschen was schaffen. Schreib mir dann auf, dass mir vor 20 was fehlt. Dann gucke ich schon mal. Hallo! Ich nehme mich mal mit. Wuh! Ui, Feuergedöns. Prost. Ich wollte gerade sagen, es gab welche, die sind hoch und runter gegangen. Hier erkennt man die sogar in der Farbe. Das ist ja... Gefuchst ist soweit. Das ist hier. Bestimmt Checkpoint. Ja. Ach komm, den nehmen wir mit. Wir haben ja jetzt zum Scheißen. Okay, die kann ich hier kaputt machen. Das war gut. Muss ich mich gerade mal wieder selbst loben? Boah, ist das... Das ist Assi! Boah, ist das Assi! Das ist auch zweimal hintereinander bringen, ne? Okay, das ist gut. ui yoga flame aber das war glück und damals oder sagen würdest du mal gerne deine hand nach oben bewegen das wäre ganz nett von dir ok kommen wir den 35 zocken mama hier rechts da war jetzt mal recht jetzt aber recht so und jetzt gehen wir wieder raus obwohl ich will doch noch aber jetzt links ok so vor 20 habe ich gesagt ja vor 20 vor 20 muss wichser wichser man groß macht ging ja danke und gutes alle verbrennen in der scheiße alter seid ihr behindert das war so klar es war so klar als bewaffnung toll die bewaffnung hat mir sehr viel geholfen weil die nicht in den gegner reingeballert ist ich mag das wieder so erstmal ein bisschen nach rechts rutscht und dann doch noch irgendwie da rein die 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 So, piesel dich mal. Oh, fliege, Dingsli. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Vielleicht ist er ja... Können kotzen! Kotzen könnte ich! Oh mein Gott! Da war's wieder. Leck mich! Okay, das geht auch. Hören wir mal zu, wenn das so hoch geht. Für ein Herz! Ich fass es nicht. Das war jetzt vom Timing nicht so geil. Das war schon mal besser. So schnell unterwegs. Äh... Hallo? Hörbüchen. Mann, ich hab diesen Drecks-A-Knopf gedrückt! Oh, ich krieg zu viel! Also das Spiel, das kann ich nicht so lang am Stück spielen. Das merke ich schon. Nehme ich mal mit, aber das andere herz, das kannst du dir wohin stecken. Oh! Das ist einfach nur eine dumme Passage hier. Ich hasse die. Ich bin grad sehr still, ja? Das ist möglich. Ich bin grad so kurz vorm Ende gestorben. War ja klar. Oh Gott. Ne, ich will nicht zocken. Ja, komm, geh nach Hause. Ich hab mich schon gewundert, wann es endlich mal wieder ein Secret Exit gibt. Ich häng hier mit meinem Kabel irgendwo fast. Ach. War gut. Oh, hier gab's, glaub ich, auch irgendeinen ganz dummen Sprung. Kriegt das hin? Juhu! Ah, das ist so ein Sprung, Bingsi. Fadam! Und das ist bestimmt ein Zwischenspeicher. Ja. Nehmen wir uns auch mit. Oh, meine Fresse. Kommen wir da hoch? Boah, das wär wirklich echt... Oh, guck mal, Leben. Kacke. Oh, Mann! Was ist da unten drinne? Ah, ich glaub, da ist kein Secret Exit. Oder man wird hier so hochgeschleuert. Ach, keine Ahnung. Wo war denn da das... Ach, Mann! Ich muss mir das jetzt grad mal aufschreiben. Ähm.